Zieh dir das mal rein. Die meistverkaufte Konsole ist der Nintendo DS. Er wurde schon über 154 Millionen mal verkauft. Dicht dahinter steht die Playstation 2 mit über 153 Millionen verkauften Exemplaren. Der Nintendo DS kam aber erst 2004 und damit vier Jahre später als die Playstation 2 auf den Markt.